Wir sind im liebens- und lebenswerten Mauer im 23. Bezirk. Wir haben viele kleine Geschäfte in Mauer, die Inhaber geführt sind. Die Klientel von Mauer besteht hauptsächlich aus Stammkunden, weil wir bekommen keine Touristen nach Mauer, sondern eben die Mauerbevölkerung, die wir ja sehr schätzen und lieben. An der Stelle möchte ich auch ein herzliches Dankeschön an unsere Kunden sagen, die uns im Lockdown unterstützt haben. Das war in diesen herausfordernden Zeiten doch auch eine große Hilfe für uns. Und jetzt nach dem Lockdown, wo wir jetzt wieder öffnen dürfen, freuen wir uns, unsere schönen Sachen wieder unseren Kunden präsentieren zu können, wobei natürlich das sichere Einkaufen oberste Priorität hat. Wichtig ist es natürlich, dass nicht nur in Mauer, sondern überall, dass die Kunden bei den kleinen Geschäften einkaufen, dass sie lokal einkaufen, dass sie die Wirtschaft in ihrer unmittelbaren Umgebung stärken und ihnen die Treue halten, weil es kann nur so die bunte Vielfalt in unserer Stadt erhalten bleiben. Mauer ist einfach lebens- und liebenswert. Wir haben sehr, sehr nette Geschäfte. Wir freuen uns alle, wenn sie uns besuchen kommen, wenn sie uns bei uns einkaufen und damit auch Mauer am Leben erhalten und Mauer lebens- und liebenswert erhalten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.